Da gibt es nochmal die George, die will halt unbedingt ein Junge sein und die ist auch sehr sportlich, was dem Julian nicht so gut gefällt, weil er es halt nicht von einem Mädchen will, dass die halt besser ist als er. Und dann gibt es den Dick, das ist mein kleiner Bruder, der ist sehr schlau und sehr, ist ein Schaftelhuber. Und dann gibt es noch die Anne, die traut sich nicht so viel, aber zum Schluss macht sie dann doch alles immer mit.